Frankfurt, Hamburg, Benning, Stuttgart, Deutschland, let's go, zau, zau, guck mal. Oh hey, was geht ab Leute, Hunger? Heute erstmal Werbung, weil das ist so das Abschlussvideo vom Event, also nicht vom Event, von der Deutschlandtour. Ja, und Orki hatte mir für die Tour ein paar Sachen geschickt, gesponsert, unter anderem eben diese krasse Powerbank. Link ist unten in der Beschreibung zu allen Artikeln und ich muss immer noch diesen Amazon Referring machen, damit ich da ein bisschen Cash von euch kassiere, wenn ihr draufklickt und diese Produkte kauft. Grüße und Shoutout geht raus an Orki, vielen Dank, habe ich auf der Tour leider zu selten erwähnt, dass sie mich unterstützt haben, dementsprechend hier nochmal das letzte Dankeschön. Kurze Info noch, gestern checkt das Video vom Bummelt Seaday, war ein ruhiger, entspannter, chilliger Seaday. Hatte meinen Spaß, war natürlich nicht der Beste und es gab diese Probleme. Der Antik hat sich jetzt gemeldet und gesagt, der Seaday wird wiederholt, irgendwann im Sommer, man weiß noch nicht genau wann, aber die Entschädigung, wir kriegen eine Entschädigung, das ist schon mal die erste Überraschung. Der Seaday wird einfach wiederholt oder zumindest haben die gesagt, dass Bummelt wiederkommt. Aber checkt das Video ab, habe ich gestern Abend noch hochgeladen nach dem Seaday und da könnt ihr dann euer Fazit, eure Ausbeute kommentieren. Dementsprechend habe ich für heute jetzt Sonntag kein Video, weil ich das ja von Samstag direkt am Samstag noch hochgeladen habe. Perfekte Zeit, perfektes Timing für das Abschlussvideo von der Deutschland Tour. Wer sich so für die Statistik und sowas interessiert, der kann das Video von vor ein paar Tagen abchecken. Da habe ich meinen 100er Cognoron aus der Crestbill gezogen habe. Da habe ich die Statistik vergleicht, vorher, nachher alles, alle Medaillen, alles, alle Fänge und dies, das, IP auch. Heute geht es echt eher so um die emotionalen Sachen, was ich gelernt habe, was ich auf dieser Tour mitgenommen habe, wen ich alles getroffen habe und ja, was sich so ändern wird für mich, für die Zukunft, für die Community hier in München. Keine Ahnung, ihr wisst, was ich meine. Es waren auf jeden Fall eine Menge Städte. Nochmal Shoutout an Rostock, tut mir leid, dass ich euch übersprungen habe. Aber das Finion Event war natürlich, ja, war trotzdem lustig. Also Staub hat gefehlt, der Bonus, keine Ahnung, was da los war, aber war trotzdem ein cooles Event. Und dann direkt danach, Hamburg, Seaday, werde ich auf jeden Fall für immer in meinen Erinnerungen halten. Und nochmal Grüße gehen raus an alle, die ich da kennengelernt habe auf der Tour. Ja, was habe ich so mitgenommen? Also zum einen, dass München zum Beispiel sehr teuer ist. Es gibt halt diesen neuen, was heißt neuer, aber es gibt diesen krassen Döner. Ihr habt in vielen Städten Döner gegessen, ich habe euch nicht alle gezeigt. Und manche habe ich nur gegessen, weil ich Hunger hatte und manche habe ich halt gegessen, weil die mir empfohlen wurden. Aber im Großen und Ganzen war kein Döner dabei, wo ich sage, boah, war der klasse. Also mein Lieblingsdöner ist immer noch hier in München. Aber, zum Beispiel in Berlin, Mustafa's Kebab, Gemüse, Döner, bla bla, 3,50 hat er gekostet. Die selbe Kette, die momentan so gehyped ist, hier in München, da wo immer Schlange ist am Staffus, einer der Top 3, Top 2 sogar, für mich und Tati. 75, Mann. Alter, den Döner werde ich mir nie wieder kaufen. 75, im Gegensatz zu 3,50. Das ist einfach so dreist. Spielerisch habe ich natürlich auch eine Menge mitgenommen. Eine der ersten Sachen, Shinies. Der Shiny-Hype war doch recht groß. Und wo ich so mit den anderen Spielern aus den anderen Städten und Communities abgehandelt habe. Die waren alle sehr shiny geil. Und diese shiny Geilheit ist ein bisschen auf mich abgefärbt. Wo ich mir dann dachte, okay, wenn ich nach Hause komme, werde ich mich da schon ein bisschen mehr auf shiny konzentrieren. Weil eigentlich war ich so, es ist geil, wenn ich einen bekomme. Aber wenn ich keinen bekomme, ja mei. Kann man nichts dagegen machen. Das hat sich dann aber komplett geändert, weil jetzt bin ich ein Lucky Shiny 100% Max Jäger. Das ist so mein ultimatives Ziel. Einfach jedes Pokémon jetzt auf shiny Max 100%. Diese 100% geht natürlich nur, wenn man irgendwann die IVs pushen kann. Das ist eine Theorie von mir, dass es irgendwann kommen wird. Ansonsten halt nur Lucky Shiny Max. Allgemein hat die Tour mich sehr motiviert. Ich habe gesagt, boah, nach dieser Tour gönnst du dir doch wahrscheinlich richtig lange heftig Pokémon Go Pause. Aber ne, nach der Tour war ich eigentlich ziemlich, ziemlich gehypt, ziemlich motiviert. Das Feuer wurde, war auf jeden Fall am Lodern. Ich habe sehr aktive Spieler getroffen, sehr coole Communities, sehr coole Gruppen. Die sind nicht nur sehr aktiv, die sind aktiver als München. München, um ehrlich zu sein, ist eigentlich ziemlich schlecht, ziemlich schwach. Ich will jetzt nicht zu sehr über München herziehen. Ich habe ja die meisten Leute gefragt, wie würden sie ihre Stadt einschätzen. Jetzt, wo ich mir so Gedanken darüber gemacht habe, wie würde ich München einschätzen? Ich würde München eine 3 von 10 geben. Ich meine, von der Location her ist München eigentlich ziemlich krass. Von den Stops, von der Dichte, von den Rates, von den Arenen, eigentlich auch von dem Verkehr und so. Also wir haben hier zwei, drei Büsse und Straßenbahnen. Mit denen kannst du zum Beispiel echt geil Stops abfahren in der Innenstadt. Also ist eigentlich sehr gut eigentlich. Wir haben die Innenstadt mit sehr vielen Stops. Wir haben Schwabing mit sehr vielen Stops. Wir haben drei richtig krasse große Nester. Vier, wo wenn da was Gutes als Nespokum da ist, da geht sicher was. Zum Beispiel Ostpark, Westpark, Olympiapark und Englischer Garten. Das sind halt vier richtig extrem krasse Nester. Also die Stadt allein, der würde ich 9 von 10 Sternen geben. Oder 8,5 oder irgendwie sowas. Also sehr, sehr gut. Aber Community mäßig, ich weiß nicht, echt schwach. Ich weiß nicht, der Spieler mit den meisten EP hat glaube ich irgendwie 240 Millionen. Was natürlich viel ist, aber an sich für eine Stadt wie München, müsste da eigentlich einen locker über 300 Millionen haben. Ich habe hier jetzt ein paar Topspieler aus den verschiedenen Städten kennengelernt. Die haben zum Beispiel gerade mal die 200 Millionen geknappt. Und ich habe halt zum Beispiel 2018 beinahe gar nicht gespielt. So kaum. Und wenn dann nicht auf EP und jetzt auch eigentlich auch nicht auf EP, jetzt 2019 oder November gehen. Und ich habe auch fast 200 Millionen. Also wir sind fast gleich auf. Und das obwohl ich ein Jahr nichts gemacht habe. Und die Jungs rackern sich ab und haben gerade mal 200 Millionen. Was ich auf jeden Fall sagen würde ist, das Potenzial von München, der Stadt wird von den Spielern nicht genutzt. Nicht vollkommen ausgeschöpft. Eine Frage, die mir oft gestellt wurde, ist zum Beispiel, wie viele Fänge schafft man in München? Eine einfache Frage, wo ganz normal ist für Topspieler, kann ich dir aber nicht beantworten. Ich glaube, das könnte dir keiner München beantworten. Weil München meiner Meinung nach, nach meinen Kriterien, keinen Topspieler hat inklusive mir. Ich bin kein Topspieler. München hat zwar ein paar Spieler, die eine Menge Sachen haben. Aber nur weil München so fruchtlastig ist, das ist denen ja möglich. In einer anderen Stadt, die Leute, die optimieren ihre Routen. Die haben ihre Farmrouten optimiert, sich eine herausgesucht und daran gearbeitet. Und die wissen genau, um wie viel Uhr die da starten müssen, um die maximale Anzahl an Spons zu schnappen. In München hat nicht mal jemand eine Farmroute. Die muss erst mal entwickelt werden. Ich bin gerade dabei, eine zu entwickeln, weil ich von denen inspiriert wurde. Aber die Leute farmen nicht mal. Das einzige, was München weiß, kennt, ist, oh Parsing, das hat viele Stops, geh mal da hin. Nicht ein Mensch kann dir eine geile Farmroute in München zeigen. Weil keiner eine hat. Weil keiner sich die Mühe macht. Weil keiner sich die Mühe machen muss, weil München so klasse ist. Die Leute da draußen, die müssen halt das Beste aus ihrer Stadt holen. Und dementsprechend sind sie effizient und von meiner Meinung nach krass. Wenn einer jetzt mal das Maximum, das maximal Effiziente aus München rausholen würde. Ich glaube, der könnte echt ganz weit oben mitspielen. Zum Beispiel bei Crest Days, wie viele Stops wir eigentlich haben. Und wie glücklich wir uns das eigentlich schätzen könnten. Und wenn da einer krass ist, ein Spieler, und da echt effektiv den Crest Day mal nutzen würde. Der könnte wahrscheinlich die meisten Quests in Deutschland an dem Tag schaffen. Wisst ihr, was ich meine? Macht aber keiner aus München. Ich kenne zum Beispiel keinen München, der noch farmt. Ich kenne keinen München, der noch aktiv raidet. Ich kenne keinen München, der Crested. Also im Grunde genommen, weiß ich. München ist halt einfach schwach, was so Topspielermäßig angeht. Ich glaube, da fehlt einfach irgendwas. Ich habe mir überlegt, eine Gangliste zu erstellen für München. So diese monatlichen, die da so ein bisschen das Feuer wecken. Weil München ist da echt abgestorben. Früher war das Konkurrenzdenken echt krass. Und das Battle, und da hat sich jeder gegenseitig hochgepusht. Das gibt es halt schon lange nicht mehr. Und jeder macht sein eigenes Ding, aber auch nicht wirklich. Kein Ansporn. Und das merkt man halt auch, wenn man das so mit den anderen Städten vergleicht und die Statistik. Und wie gesagt, ich kann dir eigentlich keinen einzigen Topspieler in München nennen. Keiner, der eine Menge Quests hat. Keiner, der eine Menge Arenen hat. Keiner, der eine Menge EP hat. Keiner, der eine Menge Raid hat. Keiner, der einfach effektiv ist und krass ist. In meinen Augen. Was ich schade finde, weil München ist eine klasse Stadt. Und da könnten auf jeden Fall ein paar Topspieler mitspielen. Ganz weit oben. Und ich hoffe, das kann sich irgendwie noch geändert werden. Ein anderer Aspekt, der München so schlecht macht, ist die Technologie. Die sind so im Mittelalter hängen geblieben. Wie wir unsere Raids organisieren, unsere Gruppen, WhatsApp. Die ganzen Stadtteile, wie die verteilt sind. Und die hängen geblieben, die sind auf WhatsApp oder Discord. Ein Teil von München, Discord verwendet. Der andere Teil findet Discord schlecht und verwendet immer noch WhatsApp. Was natürlich auch schlecht ist. Wir haben nichts Gescheites für Quests. Wir haben nichts für Raids. Wir haben nichts einfach. Und wie gesagt, wenn man zum Beispiel Hannover anschaut, wie fortgeschritten die sind. Ja, da muss ich sagen. Schäme ich mich für München. Es gibt gute Nachrichten. Kollege Tobias aka Tubam hat sich jetzt darum gekümmert. Und wer ehrlich weg war. Und hat jetzt da was gestartet bezüglich Raids und Crashs. Respekt an ihn. Also ich hoffe, dadurch ist München dann langsam im Aufschwung. Also ich glaube, das war's so. Das waren so die zwei Punkte, die mir am meisten aufgefallen sind. Einmal die Technologie, dass wir so zurückgeblieben sind. Ich darf das nicht genauer erläutern, weil gewisse Begriffe sollte man nicht mehr nennen. Wenn ihr versteht, was ich meine. Blinzel, blinzel. Und der zweite Aspekt war einfach das generelle Niveau der Spieler in München. Muss ich sagen, ist extrem niedrig. Ohne jetzt München anzugreifen oder zu böse zu sein. Ich hoffe, das nimmt mir keine Übel. Aber das Niveau ist echt sehr, sehr gering. Abschluss. Was habe ich aus dieser Tour mitgenommen? Eine Menge Persönliches. Was ich euch nicht unbedingt sagen werde. Und eine Menge Motivation. Für mich und hoffentlich auch für München. Sorry. Er wollte gerade eine Biene reinfliegen. Oder eine Wespe. Muss ich stoppen. Ja, ich habe eine Menge mitgenommen. Und ich hoffe, ich kann das irgendwie in München mit einbauen integrieren. Und da München ein bisschen stärken. Aber Grüße gehen raus an alle, die ich getroffen habe. War eine geile Zeit. Und es gibt eine Menge geile Communities da draußen. Eine Menge geile Leute. Mal schauen, was aus München so wird. Ich hoffe, der schlafende Riese wurde dadurch geweckt. Obwohl, ich kann den schlafenden Riesen wecken. Das war's von mir Leute. Wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokemon is your business.